Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte, der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter all ausgerechnet Himmler, getreuste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Goring, ja, der war korrupt, immer schon. Speyer, ja, ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist der Left wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein.